Musik Agrad Dahurwa, Dahmeyer und I. Agrad. Die bayerische Kultband Dahurwa, Dahmeyer und I. geht kurz vor ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum 2019 mit einem neuen Programm an den Start. Alte Mädchen. Pop-Kabarett mit Ines Martinez, Anna Bolk, Jutta Habicht und Sabine Urich. Plötzlich ist man Ü50 und stellt fest, dass man vor lauter Leben keine Zeit zum Reifen hatte. Die alten Mädchen legen ihre Finger in die Wunde. Musik Saturday Night Fever, das Musical. Das Musical erzählt eine der beliebtesten Tanzgeschichten aller Zeiten. Mit legendären Hits der Bee Gees wie Stayin' Alive, Night Fever, Chive Talking, You Should Be Dancing und How Deep Is Your Love. Anni Hartmann, No Lobby is Perfect. Als Diplom-Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug, wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Anni Hartmann regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an und dennoch gibt es viel zu lachen. Warum wird denn niemand Politiker? Na, weil er eitel ist. Ja sicher, weil er eitel ist. Sie kennen den schönen Witz. Wie begeht ein Politiker Selbstmord? Er klettert auf sein Ego und stürzt sich in die Tiefe. Karten gibt's im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.